Hallo, mein Name ist Nathalie. Ich mache hier bei Oberkamp die Ausbildung zur Köchin und bin Azubi im zweiten Lehrjahr. Die Ausbildung war recht bei Oberkamp, weil ich durch eine Freundin aus der Schule darauf gekommen bin, bei Oberkamp anzufangen. Die hat ihre Ausbildung schon da angefangen und wusste dadurch, dass man sehr viel auch dort lernen kann und sehr viel Frischen macht und man da halt gut ausgebildet wird. Insofern macht mir auf jeden Fall Spaß. Bei Oberkamp kann man aber auch die Möglichkeit, an Wettbewerben teilzunehmen, wie zum Beispiel den Dorunder Stadtmeisterschaften, die ich auch mit dem zweiten Platz abgeschlossen habe. Was man auf jeden Fall mitbringen sollte, man sollte eigenständig sein, weil die Zeit auch einfach in der Kirche nicht da ist, damit jeder dich beiseite nehmen kann und dir alles erklären kann. Deswegen muss man halt auch viel Eigeninitiative zeigen, man muss lernbereit sein, man sollte sich auch konzentrieren können auf jeden Fall. Man sollte ein bisschen mathematische Kenntnisse mitbringen, was vielleicht jetzt auch nicht für jeden offensichtlich ist. Und man sollte auf jeden Fall auch Interesse an Lebensmitteln haben, an der Zubereitung von Lebensmitteln. Es schadet nicht, auch schon ein bisschen Vorkenntnisse da zu haben. Ansonsten lehrt man aber auch so ganz viel, vor allem bei Oberkamp. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen.